Mein Name ist Tobias Mais. Seit gerade einmal einem Monat bin ich Mitglied der Firma Starcom Bauer und direkt wurde ich toll integriert. Durch die freundlichen Kollegen fiel mir der Start sehr leicht. Ich bin gespannt darauf, die verschiedenen Abteilungen in meiner Ausbildung zu durchlaufen, um die gesamte Struktur des Unternehmens kennenzulernen. Außerdem freue ich mich auf die Zukunft bei Starcom Bauer und darauf, meine Ausbildung als IT-Systemkaufmann erfolgreich abzuschließen.